Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP in Rano und wir fahren fort mit Let's Play Hyrule Warriors. In der letzten Episode haben wir das Schattenreich hier betreten, die Schattenebene und hier müssen... Ach nö, ich komm da nicht rein. Mist. Und hier müssen wir... Ja, ich beeile mich ja schon, mein Gott. Äh, die Schattenzonen aufheben, damit wir Minna besiegen können. Geht mir aus dem Weg, ihr Munde. Hab ich dich jetzt? Nimmst du so weit diesen faulen Zau auf mir. Ah, okay. Diese Gestalt steht hier, aber ich muss leider gehen, du putziges kleines Ungar. Wie fies. Minna, verbünde dich mit uns. Wo ist unser Hauptquartier überhaupt? Mittelfestung ist offen. Äh, ich hab irgendwie so das Gefühl, dass ich hier einfach durch die Weltgeschichte stapfe, ohne zu wissen, was ich tun soll. Also, ich weiß schon, was ich tun soll, von wegen. Also, ich bin ein Feind, aber... Ist das klug? Wir wissen es nicht. Also gut, Hauptquartier. Beschützen. Droht zu fallen. Wieso droht das Hauptquartier zu fallen? Okay, da ist Nero fast, klar, aber... Wegen dir kommt es hier entkommen. Du bist also auf ihrer... Nein, wir sind nicht auf ihrer Seite. Wir jagen sie. Mein Gott. Immer diese Missverständnisse. Warte, wir sind nicht der Feinde. Gib uns einfach den Schmetterling zurück. Halt die Klappe, ich bin jetzt nicht in der Stimmung. Mit Navi, wie sie kennen und lieben. Ihr könnt das Hauptquartier doch bitte jetzt behalten, oder? Trottel. Wenn du uns dazu zwingst, wollen wir den Schmetterling einfach abnehmen. Müssen wir gegen Midna kämpfen? Die Siegbedingungen haben sich geändert. Besiege Midna. Ach so. So weg mit dir. Wusch, ich hab keinen Bock. Besiege Midna und hole die... Ah, Checkpoint. Sehr schön. Den Schmetterling zurück. Ja. Na komm. Hehehe. Macht Spaß. So. Na komm. Aufhören. Aufhören. Komm schon. Lande. Sehr gut. Zack, zack. Und Tschüss. So. Was ist da? Ein bisschen schönes... ... Zeug. Also gut. Nein, Kollegen. Oh, der ist ein Ding. Oh, ja. Na komm. Ah, warum sie zu besiegen müssen, wir doch die Schattenzonen hier platt machen. Weil schlecht und so. Komm schon. Sehr gut. Also diese Minibosser sind jetzt doch relativ einfach zu besiegen. Wenn man weiß, was... Wo ist der Kommandant? Ein Onkel Error Wars. Na komm. Greif mich an. So. Zack, zack. Und Tschüss. Die Festung gehört uns. So. Sehr gut. Ich ziehe mich zurück. Meine Zeit wird schon noch kommen. Auch Medna nicht gegen uns kämpfen. Komm schon. Ah. Vorerst zur Brückenfestung zurückgezogen. Aber jetzt ist... Ach so. So ist hier noch eine Feste. Du, die gemeine Katze läuft weg hinterher. Wir müssen Schmetterlingchen retten. Vielleicht geht es nicht. Ihr könnt mich einfach nicht in Ruhe lassen, oder? Wenn ihr einen Kampf wollt, dann bitte sehr. Ach komm schon. Wir sind auf Linksseite. Oh oh. Na komm. Siege mit, na. Ich kann nicht anders. Ich werde Schmetterlingchen... Nein. Bleib einfach in Ruhe. Nein, nein, nein. Ich liebe es, wenn Leute Befehle befolgen können. Sie ist nicht im Dorf geblieben. Aber wir können sich nicht im Stich lassen. Na komm schon. Greif mich an. Mach dich verletzt wahr. Letztlich. Ihr macht mein Leben nicht unbedingt leichter. Wisst ihr das? Okay. Sehr gut. So. Werf ich. Kommt da, der Skull tut. Ah Gott. Mann. Das Spiel benötigt viel zu viel Mut. Davon bleibt man sich im Seckenreich. Alle Ewigkeiten. Nicht, wenn du... Komm schon. So. Na, wo ist der Kommandant? Komm mal an da. Hallo. Guck mich, mach deine Truppen platt. Das findest du sicher nicht cool. Oder? Na komm. Schon. Da. Da ist er. Wieder ein dunkler Eralfos. Eins. Zwei. So. Der Zauber der Schattens ist aufgehoben. Sehr gut. Midna ist geschwächt. Ja, wir haben immer noch einen Zauber des Schattens vor uns. Warum werde ich schwächer? Ach, der Schatten ist nach. Vielleicht sollte ich... So. Wir müssen die Dunkelheit weiter zurückdringen, um sie zu schwächen. Ja, aber dafür müssen wir in die Festung hinein. In der ein Dekoronia... ...wartet. Ich will aber nicht in den Heiligen sehr gut sehen. Ach stimmt, ich kann die ja auch quasi bedeuten. Nö. So, ich hoffe aber, ich werde in dieser Episode hier fertig. Kann ich dich auch beteiligen? Ach, nicht so gut. Na komm. Und tschüss. So. Dann können wir jetzt... ...zu Midna. Auf die Brücke, oder? Oder? Alle Schattenzonen sind... ...jetzt hier erledigt. Oh, hallo Material. Oder? Ich meine... Außer die Schattenzone in ihrer... ...in ihren Vorkosten hier. Stufe erhöht. Sehr gut. Her damit. So. Gibt es hier noch irgendwelche Vorkosten? Oh, mein Herzchen. Oh, stimmt. Das war ja auch noch ein Ding. Upsi. Ich will... Ich will nicht, dass sie mir in den Rücken fallen. Und? Tschüss. So. Sehr gut, das gehört jetzt uns. Und verschwindet. Trottel. So. Siege, Midna und Hunde... Wo ist eigentlich Agneta? Okay, sie ist immer noch auf dem Weg. Das ist gut. Und? Tschüss. So. Hm, ich würde eigentlich zu gerne noch ihre letzte Festung hier. Oh. 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 Prinzessin der Schatten. Midna. Ein Hardim-Remake von Twilight Princess wäre ja was. Holy Crap, das wäre echt was. Oh, Mann. Wünsche nicht noch... Wünsche nicht noch Dingen, die sowieso nicht irgendwann in naher Zukunft geschehen werden. Vorsicht. Oh. Au, 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 au. Das hat wehgetan. Vor allem, wie sie diesen kleinen Fake-Link hat. Jetzt. Jetzt. Komm, komm, komm. Das hat wehgetan. Wow. Komm schon. Schließ dich uns an, Midna. Auch wenn ich dich damit verprügeln muss. Komm schon. Ja, komm. Jetzt. Komm schon. Ah, ein Schlag hätte doch gefehlt. Wow. Was? Warum hat mein Boomer... Ach so, ein Derps. Wupsi. Ja, komm. Ciao, Midna. Ne, sie lebt noch. Das wäre eigentlich auch hier auf, Midna. Na, komm. Na, komm. Und. Upsi. Ich liebe es, mich einfach zu verdrücken. Danke, Liko-Baum. Hat aber nicht sehr viel gemacht. Vielleicht soll ich aber noch warten, bis sie verletzlich ist und dann zuschlagen. Und dann zuschlagen, ne? Oh, ich habe meine Magie-Leiste auf. Ja. Das heißt, ich mache jetzt viel mehr Depp. Habe ich gerade ihren Block durchbrochen? Kann mal sein. Mission erfolgreich. Juhu. Midna wurde besiegt. No-Kill-Like-Overkill. Was, Lana? Hier könnte ich trotzdem aus der Schatten verlieren. Naja, wir haben sie irgendwie ausgeschaltet. Könntest du bitte Schmütterlichen zurückgeben? Äh. Binde? Hier. Hier steckt also wirklich nicht mit der Hexe unter der einer Decke. Nein, tun wir nicht. Nein, wir versuchen sie aufzuhalten. Dafür müssen wir zum Seelenportal. Ich komme mit, denn ich habe da noch ein paar Dinge mit ihr zu klären. Ah, sie hat sich wahrscheinlich in dieser Form jetzt gesperrt oder so. Mann, hier ist ja eigentlich alles durcheinander. Das gibt es doch nicht. Böses Sire. Sie ja wie auch immer. Sie! Juhu. Ah. Ein Dekobaum? Okay, es ist... ...ein sich das Ding. Hm, interessant. Naja. Ja, 20 Minuten hat ein bisschen gedauert. Aber sonst war es gut. Finde ich jetzt. Gleiter. Feuerstab. Oh, Nippus-Kader-Schwert. Mit Nassar. Panzer, Leder, Monster 10 und Metallplatten. Ab sofort kannst du auch als Minder spielen. Lass mich raten, wie der nächste Mission. Fluchfessel. Die Macht dieser verwurten Fässerstab ist mit Schatten. Mit dem starken Angriff greift dein Haar den Gegner. Und deine Angriffe erhalten. Zeit, weil ich das finsternes Element. Charakterprofil Agneta. Mitner. Yay. Tutorials. Juhu. Schlacht wählen. Verfügbare Kämpfe empfohlen. Mitner. Twilight Princess, der Schattenkönig. Ich will die eigentlich erst später machen, damit wir quasi gleichzeitig an derselben Stelle sind. Hier ist Fire Empfohlen. Ich muss sagen. Ah, wir spielen jetzt zum ersten Mal mit Cheek. Ich würde aber gerne. Warthunder voll Overkill. Ja, mit den beiden haben wir eben noch nicht gespielt. Medaillenschmiede. Holy. Angriffsmedälen. Die sind immer gut. Selbst wenn sie blocken, fühlst du fein. Etwas Schaden. Praktisch. Will haben. Und. Gleitstiefel. Die Wirkungsdauer von Magie wird etwas verlängert. So. Jo. Das heißt, wir haben. Stimmt, es gibt ja noch Droppel. Äh, Droppel. Dreifach Zeugs hier. Kirischwert zwei. Und wir können noch das letzte Schmieden. Vorerst. Okay. Das wird dann wahrscheinlich nochmal. Jo. Gut. Hm. Ja, das hätte ich auch noch gerne. Jetzt haben wir keine Nimbusgartenpanzer mehr. Und. Das ist doch gut so. Beteiligungsmedaillen. Jo. Ich hätte gerne Flasche. Ansonst. Nö. Kann ich nichts. Bauen. Und. Das hätte ich auch noch gerne. Mann, ich würde jetzt voll gerne mit Minder spielen, aber. Naja, eben. Ihr seht ja. Gut. Ich würde mal sagen, fahren wir. Fort. Und zwar mit dem Todesberg von Ocarina of Time. Ähm. Aber was, ich soll hier mit Impa spielen? Bin ich mit Cheek? Na gut, dann spiele ich halt mit Impa. Mit dem. Hier diesen Langschwert. Gut. Wollen wir mal. Okay. Leading a small force of Hyrulean soldiers, Impa stepped into one of the newly opened portals. The kingdom spread out before her seemed like the Hyrule she knew, yet it was somehow very different. Before long, she realized that they had traveled back to the era of the mythical hero of time. Odd, Impa began her search for the Gate of Souls. She sensed an evil presence on Death Mountain and set out for the ominous peak. Und mit ihr kam der mysteriöse Sheik. Die mysteriöse Sheik. Oh Gott, der Schlachtfeld sieht ja super aus. Was muss ich denn vorerst tun? Daronia. War das nicht irgendwie der Boss von den Koronen? Wie gesagt, ich habe Ocarina of Time Niece Ending gespielt. Tutorial. Ach so. Oh, okay. Ich würde mal sagen, kann ich ja nicht noch irgendwie erhöht den Angriffsschaden von BBB-Y. Ah. Ah, interessant. Gut. Und ich würde mal sagen, fangen wir doch mit der Schlacht an. Oh. Oh. Du hättest Link oder Lana begleiten können. Warum bist du stattdessen mir gefolgt? Hm. Du bist mir ein Rätsel. Wie viel weißt du wirklich über den Stamm der Sheikah? Sag, wer ist der Anführer deines Stammes? Hm. Das bist du, Impa. Richtig. Und in meinem Stamm gibt es niemanden Namen, Sheik. Wer bist du also wirklich? Was willst du? Hilfe Prinzessin Ruto ist in Gefahr. Ruto, die Prinzessin der Zoras. Äh, äh, die Prinzessin der Zoras. Sie wurde von den Geronen entführt. Dabei ist der Häuptling der Run ja doch eigentlich so ein netter Kerl. Jemand namens Zelda ist hier aufgetaucht. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Was? Zelda? Prinzessin Zelda ist hier? Hm. Das sollten wir uns mit eigenen Augen ansehen. Ich weiß nicht, was eine Stimme hier geben soll. Ich bin in Sorge um Zelda. Das heißt, wir müssen die Prinzessin Ruto retten. Prioritäten, was? Hier dürft ihr nicht durch. Wo greife ich zuerst an? Das sieht nicht so aus, als ob sie sich verhandelt haben. Wohl nur der Kampel. Aua. Ich will doch keine Komponente verprügeln. Wann ich ja nicht? Tatsächlich. Noch einen Schritt und wir mit richtig großem Stein nach euch. Ich komme mich doch nicht weiter. Ich bin da unten durch. Ähm. Oh oh. Und wie kann ich das wegmachen? Oh, das ist schlecht. Geht nur aus dem Weg. Bis diese Felsen stoppen. Sie kommen von den Felsenfestungen im Inneren des Bergs. Der obere Westfelsenfest und den Ostfelsen. Wow. Ich brauche andere Items. Sardin. Oh. Den Jadischen. Ja, bitte. Oh Gott. Na gut. Dann. Cool. Daronia Höfling war immer so freundlich. Aber seit er diese Zelda getroffen hat. Also ich weiß ja nicht. Und tschüss. Prinzessin Zelda würde niemals etwas Böses tun. Irgendwas muss vorgefallen sein. Das ist nicht die Zelda, die ihr kennt. Und die Gironischen Turmen haben die Ostfelsenfestung gesetzt. Ach so. Wer kommt? Wow. Das war cool. Und das auch. Eins. Zwei. Drei. Okay. Oh. Der ist ja schon platt. Upsi. Und jetzt muss ich da oben lang. Wir holen uns auch noch diese Felsen. Ach nö. Meine Güte. Müsst ihr denn mit Felsen noch euch... Au. Um euch werfen. Uah. Das wird ein Auerspaß. Uah. Ja, euch vielleicht. Aber nicht mich. Hehe. Impa hat die Ostfelsen. Ja. Ihr seid ziemlich schnell. Muss man euch lassen. So. Komm. Und. Das Hauptspot, der darf nicht fallen. Ich tue ja mein Bestes. Meine Güte. Ist hier noch irgendwas? Irgendjemand großes? Na komm. Boah. Hey. Impa ist echt cool. Wow. Und zwar richtig cool. So. Einfach verschiedene Tasten drücken. Dann wird schon irgendwas Gutes passieren. So. Was bekommen wir denn hier? Es ist eine versiegelte Waffe. Sehr gut. Oh, Impa ist so cool. Ich würde aber sagen, das war's für heute, Leute. In der nächsten Episode werden wir noch die restlichen Festungen hier erobern. Und ich danke euch fürs Zugucken. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.